Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Heute mal ein bisschen anders. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor. Heute in einem zweiten Teil, in dem wir über den Roman reden wollen, wollen wir uns mit den Personen in diesem Roman beschäftigen. Was erfahren wir über sie? Was erfahren wir über ihre Gefühle, über ihre Gedanken, über ihre Seele? Haben sie überhaupt eine Seele? Und wir werden zu dem Ergebnis kommen, dass sie ja eine Seele haben, sie sagen von sich, sie hätten eine, aber dass wir kaum etwas über sie erfahren, zumindest nicht indirekt, sondern nur, wenn sie etwas von sich selber erzählen, wenn sie eine öffentliche Rede halten, dann erfahren wir etwas über ihr Innenleben und ansonsten müssen wir uns mit wenigen Bemerkungen begnügen. Und diese Art über sich, über sein Seelenleben Auskunft zu geben, erinnert eben sehr stark an das antike Drama. Das antike Drama, in dem die Personen Masken getragen haben und eigentlich auch Menschentypen dargestellt haben, in diesem antiken Drama erfährt man nur etwas über ihre Gefühle, wenn sie in lauten Reden von diesen Gefühlen sprechen, und zwar gegenüber einem anderen. Im antiken Theater halten die Personen keine Monologe, sondern sie sprechen immer jemanden an, und das ist in den meisten Fällen der Chor, der nun genau hört, was der Protagonist zu sagen hat und von ihm aufgeklärt wird, was er vorhat. Ein wenig ist es in diesem Roman von Heliodor genauso. Wir haben im gesamten Roman, die Abenteuer der schönen Chariklia, Anspielungen auf das Theater, und zwar wörtliche Anspielungen, aber wir haben auch Szenen, die wie Theaterszenen wirken. Und das zeigt einmal mehr, dass der Roman eben aus einer Synthese entstanden ist, aus drei Gattungen, dem Epos, der Geschichtsschreibung und dem Drama, dem Theater. Im Heliodor wird an vielen Stellen gesagt, dass man sich wie in einem Theater vorkommen. Zum Beispiel sagt Gnemon zu Kalasiris, als sie im Hause des griechischen Kaufmannes Noziklis sind, du öffnest den Bühnenvorhang, um ihn im gleichen Augenblick zu schließen. Und er bittet ihn doch, weiterzuerzählen, weil er auch wie Dionysos das Theater liebe und vor allem ein Theater, was sich mit der Liebe auseinandersetzen. Die Personen, die Leser, die Hörer des Romans werden Zuschauer des Festzuges in Delphi. Da sagt Heliodor, Griechenland stellte die Zuschauer in diesem großen Kampf um die Liebe zwischen Chariklia und Theagenes. Dann auch spielen die Personen in dem Roman kleine Komödien, das wird wörtlich so gesagt. Oder man wohnt einer kleinen Komödie bei. Und zwar zum Beispiel, wenn Kalasiris auf den schwerhörigen Fischer trifft und der all seine Anreden falsch versteht und falsch beantwortet, das bringt einen zum Lachen und erinnert an eine kleine Komödie, wie man sie auf der Bühne der Zeit erleben konnte. Die Liebenden selbst sagen von sich und ihrem Schicksal, es führe mit ihnen ein Theaterstück auf. Immer wieder wird geschildert, dass die Personen bestimmte Plätze einnehmen, einen bestimmten Standort wählen, von wo aus sie das Geschehen, das dann geschildert wird, besonders gut beobachten können. Zum Beispiel eine kleine Anhöhe, als Kalasiris und Chariklia die Alte beobachten, die ihren toten Sohn in einer toten Beschwörung wieder kurzfristig zum Leben erweckt. Aber eigentlich schon die Eingangsszene ist eine Szene wie in einem Theaterstück. Man beobachtet aus der Ferne herangesoomt Chariklia, wie sie sich über den Schwerkranken, dem Todennahen, der Genes beugt. Das wirkt wie eine kleine Szene auf der Bühne. Ein anderes Moment ist zum Beispiel, wenn sich die Personen wie Bettler verkleiden. Auch das, sie schlüpfen in bestimmte Rollen. Oder es gibt sogenannte Agnoresis-Szenen, also Szenen, in denen sich Menschen, die sich aus den Augen verloren haben, plötzlich wiederfinden, wie Kalasiris und Chariklia im Hause des Nausiklis. Der Roman verbreitet Furcht und Schrecken. Man fühlt mit den Protagonisten mit und man erlebt Wendepunkt in ihrem Leben, Peripetien. Also alles das sind Momente, die an Aristoteles erinnern und seine Beschreibung des Dramas in seiner Schrift Poetik. Und dann halten die Personen, wie gesagt, immer wieder Reden, in denen sie den Hörern und Lesern des Romans einen Einblick in ihre Seele geben. Und genau so ist es ja nun auch im antiken Drama gewesen, in dem die Protagonisten den Chor anreden und ihm sagen, mir geht es so und so und mich treibt diese und diese Überlegung zu der und der Tat. Die Reden in dem Roman von Heliodor sind rhetorisch hervorragend gemacht. Ich denke da vor allem an eine Rede, die der Hydaspis hält an sein Volk. Und er hat gerade seine Tochter wiedererkannt und weiß nun, dass er sie eigentlich den Göttern zum Opfer bringen muss. Und nun hält er eine Rede an das Volk. Und in dieser Rede, die legt er so geschickt an, dass dem Volk gar nichts anderes übrig bleibt, als Chariklia zu begnadigen. Und das tut er, indem er seine Pflicht als König betont und sagt, ich will überhaupt nicht klagen, ich will gar nicht jammern, selbstverständlich opfere ich sie. Und das macht damit so viel Gefühl, dass das Volk sofort sagt, nein, nein, wir wollen die überhaupt gar nicht als Menschen Opfer haben. Wir verzichten da drauf. Und er erreicht mit dieser Rede genau das, was er bezweckt hat. Ich denke aber auch noch an andere kleine Reden, die vier Personen halten, wieder im Hause des griechischen Kaufmanns Nausiklis. Das sind die vier Personen der Kaufmann selbst, Kalasiris, Knemon und Chariklia. Und in diesen kleinen Reden, die sie da halten, spielen sie eine Rolle, die keiner von den anderen ernst nimmt. Sie geben vor, von bestimmten Gefühlen geleitet zu sein, von denen alle drei anderen wissen, dass diese Gefühle nur vorgetäuscht sind. Und das machen sie auf eine sehr geschickte Art und Weise. Der Nausiklis sagt, ich bin eigentlich, müsste ich ja jetzt aufbrechen und Geschäfte rufen mich in Griechenland, aber ich bin ein so guter Gastgeber. Selbstverständlich könnt ihr bleiben, solange ihr wollt. Woraufhin Kalasiris, der sehr wohl versteht, was der Nausiklis eigentlich sagen will, nämlich verschwindet so schnell wie möglich, kurz überlegt und dann sagt, bedankt sich für die Gastfreundschaft und dass man sie gerne länger in Kauf nehmen würde und dass es ihm richtig schwer falle zu gehen, aber er müsse jetzt einfach gehen. Und dann kommt Knemon, der mit Nausiklis auch gern nach Griechenland fahren würde und beteuert, dass er nichts lieber täte, auch wenn es sein eigenes Leben koste, als mit Kalasiris und Chariklia weiterzuziehen, bis sie ihr Ziel erreicht haben und sie ihr Genes gefunden haben. Und Chariklia versteht sehr wohl, dass Knemon überhaupt keine Lust hat, mehr weiterzuziehen und bestätigt ihm in ihrer eigenen kleinen Rede, dass sie ihn auch überhaupt nicht brauche und versichert ihm ihres Dankes. Und alle vier heucheln Gefühle, die sie überhaupt nicht bewegen. Das ist aber rhetorisch sehr, sehr gut gemacht und jeder versteht von dem anderen, was er eigentlich sagen will und der Lese und Hörer genauso. Die Personen in diesem Roman spielen, wie im antiken Theater, Rollen. Und so kann man auch von den Völkern, die in diesem Roman auftauchen, sprechen, dass sie bestimmte Typen darstellen, dass sie bestimmte Rollen spielen. Da gibt es die Rolle des Griechen, der Zivilisierten und der Barbaren, der Hellhäutigen und der Dunkelhäutigen, der Helden und der Bösewichte. Und selbstverständlich, die beiden Hauptfiguren, Chariklia und Theagenis, das sind Helden durch und durch. Sie kennen keinen Makel, sondern sie sind Götter gleich, edel, keusch, treu, klug, mutig, stolz. Sie werden nur ganz kurz, manchmal schwankend, wenn es darum geht, dass ihrem Geliebten oder der Geliebten etwas Schreckliches passiert sein können, dann werden sie verzagt, aber ansonsten eigentlich gar nicht. Das sind göttergleiche Helden, die uns in ihnen begegnen. Wenn wir die anderen Griechen anschauen, die sehr wohl die Zivilisierten sind, ein Volk der Schönen, wie es auch an einer Stelle gesagt wird, so ergibt sich ein bisschen ein anderes Bild. Denn so ganz gut kommen die Griechen in diesem Roman dann doch nicht weg. Schauen wir uns an. Da haben wir zum einen Chariklis, den Pflegevater von Chariklia, Knemon, Demenete, Tispe, Aristip und Nausiklis. Und wenn man sich all diese Griechen anschaut, dann kann man sagen, na so super sind die ja auch nicht. Sie sind eher ängstlich und auch ein wenig feige, wie vor allem auch Knemon. Sie sind nicht sehr klug. Man kann sie leicht übers Ohr hauen, wie zum Beispiel den Aristip und ganz besonderes den Chariklis, dem Kalasiris etwas vom bösen Blick einreden kann und er glaubt alles aufs Wort. Und dann sind sie intrigantisch. Tispe und Demenete, das sind sehr auch leidenschaftliche Personen, die nun wirklich auch mit Intrigen vorgehen, um an ihr Ziel zu kommen. Und dann haben wir auch einfach merkantilistisch denkende Menschen wie den Nausiklis, der einfach gute Geschäfte machen will. Also so ganz edel kommen die Griechen in diesem Roman nicht davon. Und dagegen die Ägypter. Ägypter, vor allem Kalasiris und seine Söhne, wenn wir uns die anschauen, die haben wieder ein anderes Image. Ägypter sind leidenschaftliche Menschen, Menschen, denen man auch nicht unbedingt alles glauben kann. Sie sind sehr listig. Sie können auch gut lügen. Es sind charismatische Personen, vor allem Kalasiris. Es ist eine charismatische Person, die auch mit Magie umzugehen weiß, mit persönlicher Magie auch. Es sind Menschen, die in die Mysterien eingeweiht sind und zwischen Volksglauben und wahren Glauben und Wahrheit unterscheiden können. und etwas mit Vorsicht zu genießen, den Menschen, die man aber durchaus achten muss. Und dann schaut man sich so eine Figur wie den Tiamis etwas genauer an und bemerkt etwas sehr Seltsames. Als wir dem Tiamis das erste Mal begegnen, ist er ein Räuber. Er verliebt sich leidenschaftlich in Chariklia und als die Gefahr besteht, dass sie ihm genommen werden könnte, beschließt er, sie zu ermorden, eher als dass sie in die Hände von irgendwelchen anderen Männern fällt. Aus Versehen ermordet er dann ja Tisbe, wie wir gehört haben, aber er ist ein Räuber und ein Mörder. Und kaum ist er in Memphis angekommen, wo ihm sein Bruder Petosiris ja das Priesteramt strittig gemacht hat, da wird er zum wahren Priester der Isis. Er wechselt seinen Charakter. Als dann Chariklia kommt, denkt er nicht mehr an seine Triebe, an seine Liebe zu ihr. Er ist ein Bruderlieber geworden. Er verhält sich hervorbildlich seinem Vater gegenüber und auch Chariklia und Tiamis gegenüber. Er ist ein vollkommen anderer geworden. Und dieser Sinnenwandel wird nirgends irgendwie hergeleitet. Und das ist sehr typisch für diesen Roman. Wir haben es mit einer psychologischen Ausarbeitung der Figuren überhaupt nicht zu tun. Und das ist doch etwas, was nicht nur für den Roman selbst typisch ist, sondern auch etwas aussagt über die Auffassung des Menschen an sich, wie er uns in der Spätantike begegnet. Schauen wir uns aber, bevor wir das noch mal uns genauer in den Blick nehmen, die Persern, Arsake und Orondates. Die Perser kommen sehr schlecht weg, selbstverständlich, weil in dieser Zeit ja nun im Osten, als Heliodor geschrieben hat, wirklich die Sassaniden an der Grenze sitzen und das Reich bedrohen. Diese Perser sind prunksüchtig, herrschsüchtig, eifersüchtig, enthemmt, intrigant, falsch. Sie haben sich nicht im Griff. Sie sind zornig. Sie sind sehr stolz. Aber das ist nun ganz gewiss kein Volk, das man nach der Lektüre dieses Romans sehr lieben wird. Dann haben wir sozusagen noch als einen weiteren Menschentyp Sklaven. Und zu diesen Sklaven zählen dann vor allem Kübele und ihr Sohn Achemenes. Auch Knemon am Anfang ist Sklave bei dem Räuberhauptmann Thiamis. Und Sklaven kann man nicht trauen. Sklaven werden das sagen, was ihre Herren wollen und sie werden das tun, was ihren Herren gefällt. Sie sind wankelmütig und sie sind falsch. Und eine ganz falsche Person ist ja nun wirklich diese Kübele, die so weit geht, dass sie für ihre Herren Arsake auch zu einem Giftmord bereit ist und die ihren Sohn, der wie sie eigentlich Grieche sein muss, den nennt sie Achemenes. Achemenes nach dem Achemenes, dem Ahnvater der Perser, die eben in den vier Jahrhunderten vor der Zeitenwende den Osten und Süden des Mittelmeerraumes beherrscht haben. Also sie ist bereit, ihren eigenen Sohn nach dem Volk zu nennen, das sie zu Sklavin gemacht hat. Übrig bleiben dann noch die Äthiopier, Hydaspes und Persina. Und auch diese beiden sind keine Individuen in dem Sinne, sondern Typen. Sie sind edel. Sie sind freimütig, sind gerecht, vor allem dann auch Hydaspes wird so geschildert. Aber sie sind unaufgeklärt. Das Licht der Vernunft hat sie noch nicht erreicht und es wird an Chariklia liegen, die Eltern zum wahren Licht der Vernunft zu bringen und sie so weit zu bringen, dass sie auf die Menschenopfer verzichten und zu wahren humanen Menschen werden. Alles in allem können wir also sagen, dass die Personen, die uns in dem Roman begegnen, Personen sind, die bestimmten Rollen entsprechen. Es sind, in dem sind, keine individuellen Persönlichkeiten, die uns da gegenüber treten. Und sie haben, wie sie von sich selber sagen, sie haben eine Seele, aber mit dieser Seele scheint es nicht weit her zu sein. Für jeden Fall bekommen wir kaum einen Einblick in die tieferen Schichten dieser Seele, die sie vielleicht gar nicht so haben. Was erfahren wir über die Personen, über ihr Innenleben von Heliodor? Sehr wenig. Wir erfahren, dass jemand plötzlich schweigt, dass er errötet oder blass wird, dass er den Blick senkt, auch, dass er weint und laut klagt, sich die Haare ausrauft, den Kopf schüttelt oder auf den Boden wirft. Das sind so Gebärden, die etwas über die wirklich heftigen Gefühle einer Person aussagen. Aber mehr erfahren wir nicht. Und alles andere, was sie bewegt, erfahren wir dann aus ihren Reden. Was die Personen laut von sich geben, klärt uns darüber auf, was sie empfinden. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen, was eben doch etwas aussagt über die Vorstellung von Menschen im Unterschied zu Menschenvorstellungen, wie wir sie dann ab der Neuzeit und dann vor allem ab der Romantik kennengelernt haben. Wenn eine Person etwas tut, was eine andere Person nicht versteht, zum Beispiel versteht Theagenes nicht, warum Chariklia in die Hochzeit mit Thiamis einwilligt, dann muss es dem die Chariklia laut erklären, das habe sie nur getan, um Zeit zu schenden. Theagenes ist nicht in der Lage, zwischen den Zeilen zu lesen oder aus anderen Momenten etwas Aufschluss zu bekommen über das, was Chariklia in Wahrheit im Herzen bewogen hat. Und dieses Phänomen, was uns in dem Roman auffällt, das fällt eben auch in den antiken Dramen auf. Die Protagonisten der klassischen antiken griechischen Dramen, Dramen von Eschilos, Sophokles und Euripides, halten keine Monologe, selbst wenn sie sehr lange reden, alleine führen. Sie sprechen immer jemanden an, sie sprechen in der Regel den Chor an, sie offenbaren dem Chor, was sie fühlen und was sie vorhaben. Sie führen keine Selbstgespräche, keine Monologe, sondern Antigone oder Medea müssen jemandem erklären, was sie vorhaben und auch in dem, was sie sagen, entscheiden sie, was sie machen werden. Man nimmt teil an ihrer inneren Bewegung, aber das müssen sie laut sagen, damit es wahr werden kann. Das ist in den Schauspielen der Neuzeit vollkommen anders. Das Drama erlebt ja seine Renaissance dann wieder im 16. Jahrhundert, denken sie an Shakespeare und dann selbstverständlich im Barock der Klassik bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und ab der Neuzeit, ab Shakespeare halten die Personen Selbstgespräche. Der Chor entfällt, bis er dann erst wieder im 20. Jahrhundert auftauchen wird, aber in diesen vier Jahrhunderten von 1500 bis 1900 taucht ein Chor nicht mehr auf. Die Personen halten Selbstgespräche, Iago, Macbeth, Romeo und Julia. Sie reden mit sich selber und der Zuschauer im Theater bekommt dann natürlich durch ihre Monologe mit, was die Menschen auf der Bühne, was die Personen auf der Bühne denken. Im Roman, der nun auch entsteht, in dieser Zeit mit einer der ersten Romanen, Schriftsteller ist ja dann Cervantes mit seinem Don Quixote, erfahren wir sehr viel mehr vom Erzähler über das Innenleben der Person. Da auf einmal ab der Neuzeit wird das Innenleben geschildert, ohne dass die Personen es von sich selbst laut sagen, kundtun müssen. Man kann Rückschlüsse ziehen, auch aus Ungesagtem und ganz auffällig wird das dann auch zum Beispiel in der Weimarer Klassik bei Goethe, der ja auch ein Iphigenie Schauspiel geschrieben hat, wie Euripides, aber Goethe braucht keinen Chor mehr. Goethe kann Iphigenie einen Monolog sprechen lassen, indem wir als Zuschauer quasi als Chor Ersatz hören, was die Person denkt, von welchen Zweifeln und Sorgen sie heimgesucht wird. Die Personen der Neuzeit haben ein Innenleben bekommen, das sie nicht mehr auf der Zunge tragen müssen. In der Antike ist es wie gesagt ganz anders und das ist auch in den Eben der Zeit auffällig. Literaturwissenschaftler haben festgestellt, dass in der Ilias von Homer 45% dieser Ilias bestehen aus Reden der Protagonisten. Auch hier müssen die Personen Reden halten, um die Handlung vorwärts zu treiben und etwas zu sagen über ihre Motive und Motivationen. Das antike Theater war, wie ich schon gesagt habe, ein Maskentheater. und eine Maske verhüllt ja die Mimik des Schauspielers, lässt ihn ganz leicht in eine Rolle schlüpfen und diese Rolle, den Typ, den er dann darstellt, kann er mit wenigen Mitteln nur darstellen. Es bleiben ihm wenige Gebärden, wenige Gästen und vor allem die Reden, die er halten muss. Und das ist etwas so Eigentümliches, dass man dem ein bisschen auch noch mal nachdenken muss. Es gibt eine sehr schöne Geschichte von Karl Zuckmayer in seinen Lebenserinnerungen, wo er schildert, wie der Schauspieler Werner Kraus bei ihm zu Gast ist. Er kommt ihn besuchen und Zuckmayer erzählt ihm, dass er eine Perchtenmaske habe. Eine Maske, die man in Faschingszeit in den Gassen herumträgt und die schauerlich aussieht, eine Teufelsmaske, ein schauerliches Ding, ein großes aus glatt poliertem Holz geschnitztes Gesicht mit Lederbändern hinterm Kopf zu befestigen, hat eine übertrieben lange Nase, schielende böse Schlitzaugen, ein grässlich bezahntes Maul, einen Haarschopf aus fahlen Flax, wie man sich einen blutsaufenden, kinderfressenden Troll vorstellen könnte. Und das Absonderliche nun an dieser Maske ist, dass kaum hat sie Werner Krauss übergestülpt und an sich genommen und kaum fängt er an zu reden, verändert die Maske ihren Charakter. Werner Krauss legt nur ganz kurz den Kopf zur Seite und fängt an zu reden und einmal schildert er einen bösartigen Charakter in seiner Rede und sofort wird diese Maske bösartig. Und dann fängt die Maske an zu klagen und auf einmal sieht sie todtraurig aus und dann wieder erzählt Werner Krauss in sehr lustigen Worten von sich und auf einmal wird aus dieser furchterregenden Maske ein sehr lustiger komischer Kobalt. Masken verändern ihren Charakter je nachdem was sie sagen, was sie über sich selbst sagen. Das lateinische Wort Persona für Maske unser deutsches Wort Person ist daraus geworden und solche Charakter Masken solche Person tauchen eben auch in diesem Roman von Heliodor auf. Sie sind keine Individuen sie sind noch keine solchen Egozentriker geworden wie sie dann die Neuzeit kennt sondern diese Personen tragen noch das Herz auf der Zunge und was sie von sich sagen das kann man ihnen auch glauben und das ist eigentlich auch eine sehr interessante Beobachtung die wir auch an diesem Roman machen können und wie gesagt ich empfehle Ihnen diesen Roman vielleicht noch mal unter diesem Gesichtspunkt anzuhören wenigstens hineinzuhören